Einen klauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fortnite Battle Royale. Es ist der 1. Januar 2021, das bedeutet das neue Crew-Paket sollte jetzt draußen sein und da haben wir es auch erhalten. Hier haben wir einmal den Green Arrow Skin in der DC-Reihe, dann haben wir taktische Köcher und als Spitzhacke den Box-Handschub-Pfeil. Okay, das geht auf jeden Fall fit und dazu sollen wir auch den Battle Pass dazu bekommen. Und eigentlich hatte ich noch ein Bild gesehen von wegen Auf Wiedersehen Galaxia und Hallo, irgendein anderer Skin? Da war noch irgendwas, irgendein anderer Skin zu sehen. Deswegen bin ich jetzt komisch, aber der ist hier gar nicht dabei. Wie gefällt euch das Skin? Ich muss sagen, ich finde den jetzt nicht wirklich geil. Ich werde ihn wahrscheinlich nie spielen. Und wenn ihr das Abonnement habt, erst am 2. Januar wird abgebucht. Dort werdet ihr erst die 1000 Vivax erhalten. Da ich aber das Fortnite Crew-Paket, ich habe ja jetzt den Skin bekommen und den Battle Pass. Ne. Ah, den Battle Pass nicht, aber dann kann ich mir auch dementsprechend auch dort dann wieder das Crew-Paket holen, wenn ich will. Deswegen werde ich mein Abonnement kündigen und die Fortnite Crew verlassen. Und jetzt wird, ja, kein Geld mehr eben abgebucht. Und ich habe trotzdem den Skin. Das könnt ihr genauso machen, wenn ihr das nicht mehr haben wollt. Wie ist der jetzt Green? Ich kann es euch zeigen. Hier, der Skin ist trotzdem noch drin. Falls ihr das Abonnement nicht mehr wollt, ich dachte, ich kriege jetzt noch einen Battle Pass. Aber dann wahrscheinlich kriegt man das doch erst dann mit den 1000 Vivax dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem neuen Video am Montag. Haut rein und ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.